Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Und genau so ist es. Heute sprechen wir über ein Thema, das tatsächlich nicht nur Menschen mit Autismus Spektrumstörung, sondern auch mit ADHS sehr stark betrifft. Und vielleicht haben wir hier auch tatsächlich bei comorbiden Störungen, also bei Menschen, die zum Beispiel das Asperger-Syndrom haben und ADHS, ganz logische Verknüpfung, die wir uns mal angucken. Und es geht nämlich um das Thema Hyperfokus. Ja, und der Hyperfokus ist erstmal natürlich als ganz spezielle Fähigkeit zu sehen, würde ich behaupten. Und das Faszinierende ist, dass der einfach in der Literatur auch immer noch als Phänomen beschrieben wird. Das bedeutet, er ist noch nicht final untersucht. Das heißt, wir können die Gründe noch nicht ganz genau benennen, wie dieser funktioniert und welche neurologischen Prozesse hierfür zuständig sind. Aber es gibt auf jeden Fall schon ein, zwei relativ griffige Theorien, Hypothesen, die ich euch auf jeden Fall heute mit auf den Weg geben will. So, gehen wir erstmal zu dieser Begrifflichkeit Hyperfokus. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen sich in bestimmten Situationen vollkommen unverhältnismäßig intensiv und auch lange auf bestimmte Themenfelder zum Beispiel konzentrieren können. Und ja, was fällt uns dazu ein? Natürlich erstmal sofort sowas wie Spezialinteressen bei autistischen Menschen und bei Menschen mit ADHS ist es auf jeden Fall auch bekannt, dass sie so bestimmte Bereiche haben, in denen sie sich besonders konzentrieren und in denen sie sich besonders lange mit bestimmten Sachverhalten beschäftigen können. Das ist ja was, was man immer mal hört. So, und die Frage ist nun, gibt es hier einen Unterschied? Und ja, den scheint es tatsächlich zu geben. Wir haben ja erstmal hier, fangen wir mal mit den Grundauslegungen, Ausprägungen des Gehirns so an. Also wir wissen ja, dass Menschen mit Autismus eine offene Wahrnehmung haben. Das bedeutet, Probleme haben, einen Wahrnehmungsfokus zu setzen. Das heißt, das Gehirn nimmt viele, viele Reize ungefiltert gleichzeitig in ähnlicher Intensität wahr. Und das führte zu, dass die Menschen unglaublich starke Probleme haben, sich in bestimmten Situationen zu fokussieren. So, und der Hyperfokus ist halt das genaue Gegenteil. Also schon mal eine spannende Frage, wie kommt denn das, dass das, was das Gehirn die meiste Zeit nicht kann, plötzlich total intensiv möglich ist. Ja, aber wir gucken erstmal auf die andere Seite, nämlich auf ADHS-betroffene Menschen. Und hier ist es so, dass ja schon ein großer Kernbereich der Diagnose die sogenannte Unaufmerksamkeit ist. Oder das Aufmerksamkeitsdefizit, sagt man ja auch dazu. Und das bedeutet, der Fokus ist oft gar nicht möglich, also sich auf etwas längerfristig zu fokussieren. Weil die Unaufmerksamkeit, aber auch die Impulsivität dazu führen, dass die Menschen immer abgelenkt werden. Oder einfach den Drang haben, sich schnell mit einem anderen Feld zu beschäftigen und da sehr sprunghaft sind. Aber auch hier, ja, plötzlich gibt es dann auch die Situation, wo der Hyperfokus anspringt. Und der führte dazu, dass, das gilt für Menschen mit ADHS und auch Menschen mit ASS, dass die Menschen plötzlich sich wirklich irgendwie 12, 13, 14 Stunden am Stück auf irgendeine, auf ein spezielles Thema konzentrieren können und sich damit auseinandersetzen. Und in dieser Zeit gehen die auch nicht auf Toilette oder essen auch nichts. Das heißt, alles andere drumherum ist komplett abgemeldet in dieser Zeit. Und das birgt natürlich auch so ein paar Gefahren. Zum Beispiel ist es natürlich nicht besonders gesund, wenn man 15 Stunden am Stück nicht auf Toilette geht. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit oder den Raum, sich auch ganz, ganz großartige Kompetenzen in bestimmten Bereichen zu erarbeiten, dadurch, dass man sich halt sehr stark damit beschäftigt und sich darauf konzentriert. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie ist denn das? Wo liegt denn da so der Hase im Pfeffer, wie man so übertragen sagt? Ja, also da gibt es jetzt so verschiedene Theorien und zwar auch zwei unterschiedliche, will ich euch mal nennen, warum es jetzt notwendig ist, den Hyperfokus zu entwickeln oder wie sich der überhaupt entwickelt. Und wir starten mal mit den Menschen mit ADHS. Da ist es so, dass die Konzentrationsproblematiken, die diese Menschen ja mit sich tragen, die entstehen dadurch, dass zu wenig Dopamin im synaptischen Spalt vorhanden ist. Also die Übertragung von Daten im Gehirn verlangsamt ist und deswegen oder es gibt Störungen halt dadurch, dass das zu dieser Überträgerstoff, also das Dopamin nicht in genügend vorhandener Konzentration zwischen diesen Synapsen vorhanden ist. So, und wenn wir jetzt mal gucken, was macht Dopamin noch so, dann fällt uns relativ schnell, wenn wir da so ein bisschen recherchieren, auf, Dopamin hat ja auch viel mit unserem Belohnungssystem, also das Belohnungssystem des Körpers, sagt man ja, hat viel mit Motivation zu tun und damit sich gut zu fühlen. Denn Dopamin ist natürlich auch ein Glückshormon und das spielt jetzt einer Theorie relativ gut in die Karten, nämlich der, oder erstmal fangen wir an mit dem, was wir wissen. Wir wissen, dass Menschen mit ADHS den Hyperfokus insbesondere auf Dinge ausrichten können, die sie besonders spannend und toll finden, also Dinge, die sie besonders interessieren. Und da ist es bei Menschen so, dass dann ja die Dopaminproduktion sehr stark voranschreitet und vielleicht ist es dadurch dann möglich, das Dopamin vielleicht tatsächlich mal so stark in Intensität zu bringen oder in Konzentration, dass die Menschen dann tatsächlich diesen Hyperfokus entwickeln. Also das ist so eine der griffigsten Theorien, die es so gibt, also dass Dopaminausschuss durch besonderes Interesse oder besonderen Spaß an der Sache dazu führt, dass dieser Hyperfokus entsteht. Und ja, das berichten auch viele Menschen mit ADHS, dass sie halt sehr gut den Hyperfokus ausrichten können auf Dinge, auf die sie besonders viel Bock haben, auf Deutsch gesagt, also wo sie sich besonders für interessieren. Und bei Menschen mit ADHS, also autistischen Menschen, da ist so eine Theorie, die ich ganz nachvollziehbar finde, dass das quasi eine Art Schutzfunktion des Gehirns ist, nämlich in dem Moment, wo die Reizüberflutung stark wird, schließt das Gehirn quasi ganz, ganz viele Umgebungsreize aus der Umwelt aus, indem es sich einfach stark auf ein einzelnes Feld konzentriert. Das heißt, in dem Moment, wo Menschen im Hyperfokus sind, kriegen sie ja drumherum nicht mehr viel mit. Und das ist natürlich für so ein autistisches Gehirn, das die ganze Zeit belagert wird von diesen vielen, vielen Reizumfeldern, dann eine sehr angenehme Situation. Also geht man hier davon aus, dass der Hyperfokus entsteht, um einfach auch die Reizlast ein bisschen runter zu pegeln. Und das ist für mich sehr nachvollziehbar. Also gucken wir mal jetzt so im Fokus. Das heißt, beide Menschengruppen, quasi Menschen mit ADHS und auch autistische Menschen sind in der Lage, den Hyperfokus auszurichten. Und vielleicht könnte man das unterscheiden dadurch, dass man sagt, Menschen mit ADHS machen das so ein bisschen bewusster vielleicht, indem sie sich da besonders auf Dinge einlassen, die sie besonders toll finden. Und bei Menschen, die einen autistischen Hintergrund haben, ist es eher vielleicht so eine Schutz- oder Regulationsfunktion. So könnte man das sagen. Final untersucht ist es, wie gesagt, noch nicht. Also wir haben noch nicht so die klare Erkenntnis, um das ganz deutlich zu sagen. Das sind halt, wie gesagt, Hypothesen und erste Überlegungen, die ich euch jetzt erzählt habe. Aber die finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant und griffig. Und damit lasse ich euch jetzt mal allein und freue mich auf nächste Woche. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.